Ich bin immer sehr, sehr gerne Velo fahren mit meinem Vater und dann, als ich zuerst mal die Tour de Suisse gesehen habe, habe ich gemerkt, dass ich wirklich das Gleiche machen möchte, dass ich auch Profi Radsportler werden möchte. Ich habe einen guten Start in meinem ersten Profi-Jahr, aber trotzdem habe ich gesehen, dass ich trotzdem noch einen grossen Schritt machen muss, um mich mit den besten mitzuhalten bei den grossen Rennen. Und dann bin ich selber wirklich überrascht, dass ich so schnell den Schritt machen kann und mir selber bewiesen, dass ich es kann, dass es drin liegt und dass ich auf dem richtigen Weg bin und jetzt einfach so weiter machen muss. Die Tour de Suisse-Etappen, die meisten von Karassenrichtung her, liegen mir sehr. Also die Etappen, die wir selektionieren, die typisch für Tour de Suisse sind. Unabhängig von meinen Zielen, von meinen Saison-Zielen, wird die Tour de Suisse immer ein riesiges Highlight sein. Auch dieses Jahr. . . . . . Untertitelung des ZDF, 2020